Ja, ich glaube Handball war eh schon ganz gut vertreten aus Sport Plus. Wir freuen uns natürlich, dass es jetzt vielleicht noch mehr wird. Aber es ist natürlich auch interessant, andere Sportarten, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, kennenzulernen. Und ich schau gern Sport und dann interessieren mich natürlich andere Sportarten auch sehr. Weil Handball spannend ist, weil Handball unterhaltsam ist, weil Handball auch Emotion ist. Und sportliche Ruhleitung. Wir haben auch jetzt ja schon etliche Stunden Handball gemacht. Bei international und national. Und deshalb müssen wir uns auch in diesem Sinn zu weitergehen. Oh, ich bin ein bisschen.